Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf unserem Kanal TripleTrickTV. Wir werden euch heute eine Runde Halt und Sieg zeigen, bei der wir ein bisschen lauern werden, was wir auf unserem Kanal die nächsten Wochen, Tage, Stunden, in der Warte zeigen werden. Wir sind eigentlich zu Tricks. Jetzt gerade bei dem Video sind zwei Leute dabei, einmal ich, ich bin Jan und... Hallo, ich bin der Lukas. Oh ja, wie der Jan schon gesagt hat, wir zeigen euch heute eine Runde Halt und Sieg. In welche Lobby gehen wir denn, Jan? Ähm, warte mal, ich jetzt bin nicht hier komischerweise, das Bläck gelandet, so, na ja, ganz klar. Ähm, wie wäre es denn mit Lobby hinten an der Wand? Lobby 66. Wir sind ja hier, ich bin ja, ich bin ja hier, ich bin ja hier, ich hab' dir so gesehen, wir sind wieder hier, wir sind ja hier, das ist der Jan, Jan, Jan ... Wir sind ja hier, ich bin ja hier, ich bin ja hier, das ist der Jan... oter Trysh. Kraussgeräus. Herr Röhrer Sie priests und ich rette die Welt, ich bin supermann. Bis für Rad dubbed? apaht? ja 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 vielleicht machen wir einen kleinen Cut, weil das dauert schon noch ein bisschen lange ja warte, das springt gleich wieder schneller, wir können ja, was wollen wir jetzt sagen ja also wir können was erzählen, also über unseren dritten, dass er heißt Maxi und wird auch seine Let's Play Videos, das ist auch immer hoch, oder? ok, also dann erkläre ich euch, würde ich mal sagen, etwas, was wir so die nächsten paar Wochen machen werden also auf jeden Fall zeigen, weil ich halt so ein paar Minigames wie halt jetzt, ich spiele hier Heid and Six oder Weiby Games und Chopin Runs vielleicht will Jan zeigen und wir haben jetzt, wir starten entweder morgen oder im Laufe der nächsten Woche starten wir ein neues Projekt und zwar spielen wir Feed the Beast das Feed the Beast Light Mod Pack Oh, so geil, ich sag's euch! Ja, wir freuen uns so was von auf dieses Projekt ja, ich glaub, die nächsten paar Wochen werden ja ein spannender auf dem Kanal und der Maxi wird wahrscheinlich nicht beim Feed the Beast Projekt dabei sein wir wissen's noch nicht, vielleicht wird er auch noch Zeit haben also ich weiß nicht, ob er immer dabei ist vielleicht ab und zu so vielleicht ab und zu als kleiner Gastteil ich weiß nicht, wie oft wollen wir eigentlich so, also wie oft wollen wir Feed the Beast also wie oft wollen wir Feed the Beast, also wie oft waren wir in der Woche, bringen wir einmal in der Woche oder so? also, wie soll ich sagen, bringen wir zwei oder dreimal in der Woche? ja, okay ja, und dann halt, wie wir halt Bock haben, ob wir noch so auf, ähm, mit grad Bock auf den Sieger oder so was, wenn wir halt halt den Sieger auf ja, und der Maxi, der macht dann noch Let's Shows, also Tutorials oder, ähm, also ganz am meisten Survival haben versuchen Sie noch auszureden, weil es jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist okay, ich bin ein Buch, ich bin ein Buch, Bücherregal, ich hab keine Ruhe, wisst ihr? ähm, ja, ich bin jetzt hier mal immer noch am Anfangs-Ton, was bist denn du? ich bin diese komische Uhr, äh, dieses Leuchtvoller ja, 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 hast du mich gesehen? stehst du vor mir? stehst du vor mir? ja, 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 ich steh hier okay, warte, lauf mal mal nach, ich weiß, wo wir lang kommen äh, ich bin mir nicht sicher, wer du bist gerade gehst du gerade rein hoch? ja, jetzt hast du, ich laufe dir hinterher jedenfalls, wenn du bist ja, dann lauf wir hinter äh, wir brauchen mich für den, ich steh mich jetzt einfach hier hin, weißt du, ich stell mich hier rein ich stell mich hier so drauf und du stellst dich da so hin ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir hier wie ein Schwert oder so haben ja, wir warten halt so schnell, wir sind ein Schwert, aber dann geht's los gehen wir auf Angriff, oder? ja, natürlich, hier bist du YOLO, weißt du? nee, aber das würde euch nicht richtig dann funktionieren, ne? naja, dann, dann suchen wir halt die anderen, weil Schuh schon, ne? ja, ist auch nicht so groß welches von den, das ist zwei Bücherregale, welches bist du? ich bin das, was hier steht, was gerade hüpft äh, du hübsst nicht, weil du wahrscheinlich schon so wieder bist ne, ich bin nur nicht so gut naja, dann bin ich ja nicht mal einfach hier sind zwei Bücherregale und so, ne, Kantine oder was auch immer das ist weil, jetzt, jetzt bist du gerade wieder auf? ja, 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 du bist jetzt links, ne? ich bin der, ja, ja, was ich gerade geschlagen habe da jetzt, äh, wieso konnte ich dich gerade schlagen? ja, man kann sich immer schlagen ne, für Regal zum Beispiel nicht schlagen da, ne? 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 uuuh, kommt glaube ich ein oder so, ne? wir haben einen schwer da, 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 da warten wir noch kurz ja, ja, bis er in den Raum kommt oder dann? bam, bam, bam ui, aber das sind wie viele denn? was haben die Knockback, ne? das kommt scheiße eigentlich, wenn sie mal überlegst, was hilft denn ein bisschen das ist so, ne? das ist so, ne? du bist abgehauen, ne? ich renke hier gerade ein Beider hinterher und er hat's gekriegt und ich bin gleich dort! Dann werden wir erst sehen, ob du mich finden möchtest. Ich will doch nicht tun, weil die so blöd sind. Ah, jetzt bin ich hergepickt. Du eine Scheiße. Mal sehen, ob du mich finden möchtest. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Schmerz gar nicht Tierschmerz am Block Destroyer heißt? Ich bin nie aufgefallen. Ja, Block Destroyer. Ach, war der schlecht. Naja. Sind schon scheiße viele Sieger. 13 Sieger. Aber du weißt, was du bist. Ich weiß, was du bist. Ich bin ein Leuchtfeuer. Das kann doch nicht echt sein, oder? Hey, irgendwas sag ich. Hey, irgendwas schlägt mich. Was tut das? Nein, 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 nein. Ich bin auch gut. Haha. Alter, mein Mann. Du bist ein Sieger schon. Und du bist einer von diesen? Hohohohoho. Ah, ja. Ach ja. Der Küsche ist so ein Fail. Warte mal, wo bist du? Ich bin an diesem Anfangspunkt. Wo bist du gerade? kann sich kommt zu dir in die Mitte ja ich bin in der Mitte ja hier ich stehe auf die Kompass von der anderen Seite ja da? ja du bist da ja wo gehen wir hin? naja ich weiß nicht das interessiert mich nicht kann man die Kisten aufmachen? hey die kann man aufmachen ich kann man schon erdreitern tun? ne da wird's wieder raus ach schade sein dann flog nach einer Bisschen von der Schraubmann schreben ja das kann man leider nicht nur sonst kann man die umbringen ist wie ich ziemlich witzig Prozent 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 auch viel an der Annergenden in werden Prozent und und die Das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Aber ich bin da einfach keine Leute. Ich auch nicht. Ist so komisch, ne? Ich hasse ja das, wenn das immer so unecht aussieht, aber die dann doch echt sind die Blöcke. Äh. Ne, wenn die, äh, hier zum Beispiel in Ofen, also da sind so Ofen umschlopfen von Holzblöcken. Rechts daneben steht einfach einer, aber der ist echt. Das ist doch scheiße. Die ist auch scheiße. Schlag, 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 schlag. Keine Kraftausdrücke in Let's Plays. Das war jetzt etwa eine kleine Verknüpfung zu unserem Partner, also nicht Partner, also einem Freund von uns zumindest. Schaut doch mal vorbei, er let's play jetzt momentan Techit. Techit Classic. Techit Classic ist auch sehr interessant. Hey, ich hab dich gesehen. Der Link ist wahrscheinlich in der Beschreibung. Also schaut doch mal vorbei. Ja, aber ich bin zu blöd, Leute zu... Ah, ich backe, ich backe, backe. Ich schlag dich, ich schlag dich, ich schlag dich, ich schlag dich. Ich bin zu tot, weißt du? Man kriegt gar keinen Fallschaden, das ist mir gerade aufgefallen. Oh nein, dann halten sie sich jetzt noch nie ein Fallschaden. Kann ich das Schwein töten? Nein. Das ist... Alter, das ist einfach so ein verwandter Spacko. Ach so. Oder die haben Namen, da bin ich mir nicht sicher. Kann man denn hier Namen nehmen? Nee, eigentlich nicht. Ich hab keine Ahnung, vielleicht mal irgendein Wort oder sonst was. Jetzt ist es aus. Das ist dann auch die erste Runde und gleichzeitig damit unser erstes Video auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.